Kommt ein Mann in die Leichenhalle und sagt zum Kadavermeister, Ähm, könnten Sie nicht meine Elfriede auf dem Bauch beerdigen? Guter Mann, das ist unmöglich. In Deutschland darf nur rücklinks bestattet werden. Da gibt es strenge Vorschriften. Ich bitte Ihnen 10.000 Euro, wenn Sie meine Aldea auf dem Bauch in den Saar legen und den Deckel zumachen. Also gut. 10.000 Mücken wandern in des Totengräbers Hosentasche. Aber sagen Sie mir doch bitte, warum Sie darauf bestehen, dass Ihre verschiedene Gattin Beuchlings beerdigt wird. Ach Gott, man ließ so viel von Scheintoten und wenn die Alde wirklich wieder aufwacht, dann soll sie sie nach unten graben.